Viele Mütter, Väter, Tanten und Onkel, Daufbattinnen und Daufbarten kennen das. Die Kiddies haben Geburtstag, es ist Gottelback oder man will einfach mal so was Nettes mitbringen. Mir geht's genau gleich. Deshalb suche ich MS Oliver heute süße Anti-Sachen für meine Nichten und Neffen. Ach, wenn's nicht so viele nette Sachen gibt, da hab ich schon mal zwei Sachen für den Lukas. Ach, und das wär vielleicht was für die Marie. So, für alle Kinder was gefunden. Bei so einer Auswahl MS Oliver Kids auch nicht schwer.